Hi! In diesem Beitrag geht es um die zweite der sechs Meditationen von René Descartes und damit um die Existenz der denkenden Substanz. Zur Substanzenlehre allgemein gibt's eigene Beiträge, die sind unten verlinkt. Hier und jetzt liegt der Fokus auf Descartes' Formel »cogito ergo sum«. Ich denke, also bin ich. Was hat es damit auf sich? Die zweite Meditation widmet sich der Natur des menschlichen Geistes. Ergriffen vom radikalen Zweifel, um den es ja im Beitrag über die erste Meditation ging, nennt Descartes nun als Motiv für sein weiteres Vorgehen die Hoffnung, auch nur das Minimalste zu finden, das sicher und unbezweifelbar sei. Denn eben darin, dass nichts sicher sei, sieht er momentan die einzig noch bestehende Wahrheit, dicht gefolgt von einer Erkenntnis, die ebenfalls notwendig wahr sein muss. Das Argument für diesen Grundsatz, der sich nicht im Zweifel auflösen lässt, ist Descartes' berühmtes »cogito-Argument«, auch und vielleicht passender »existo-Argument« genannt. So wie der Philosoph es selbst gewesen sei, der sich in den absoluten Zweifel stürzte und jetzt um jede Gewissheit betrogen fühlt, so müsse er selbst auch der Betrüger sein, schreibt Descartes. Und weiter? »Er möge mich täuschen, soviel er kann. Niemals wird er bewirken, dass ich nichts bin, solange ich denken werde, dass ich etwas bin. So dass schließlich, nachdem ich es zu Genüge überlegt habe, festgestellt werden muss, dass dieser Grundsatz »ich bin«, »ich existiere«, so oft er von mir ausgesprochen oder durch den Geist begriffen wird, notwendig wahr ist.« Das »existo-Argument« findet sich in seiner bekannteren Formel »Ich denke, also bin ich«, »cogito ergo sum«, im französischen Original »je pense donc je suis«, diese Formel findet sich bereits in den Abhandlungen über die Methode von 1637. Dass es sich bei diesem Argument um keinen deduktiven Schluss, sondern eine Intuition des Geistes handelt, das betont Descartes in den zweiten Erwiderungen. Zur näheren Bestimmung des »ich«, also was mit dem »ich« in dieser Formel gemeint ist, nimmt Descartes nun in der zweiten Meditation eine Unterscheidung vor, die später zur Grundlage für das Problem der psychophysischen Wechselwirkung wird. Erstens habe Descartes, bevor er alles bezweifelte, sein »ich« immer als einen aus Teilen bestehenden Körper wahrgenommen, zweitens als einen tätigen, wahrnehmenden, denkenden Geist. Von letzterem hat Descartes keine konkretere Vorstellung in Erinnerung, als etwas Kleines, Ungreifbares, das er auch mit dem Äther vergleicht, jener hypothetischen Substanz, die später in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz eine wichtige Rolle spielt. Descartes bleibt dem Zweifel gewahr und lässt als einzig Wahres zunächst nur das »ich« zu, das er als »denkendes Ding« bezeichnet, als »res cogitans«, wie es im Lateinischen heißt. Das »denkende Ding« bestimmt Descartes bei näherer geistiger Betrachtung von seinen Tätigkeiten her. Denken heißt zweifeln, einsehen, bejahen, verneinen, wollen und ablehnen, vorstellen und wahrnehmen. All diese Tätigkeiten vollziehen sich als innere Vorgänge, ganz egal, ob wir dabei irregeführt werden, von einem Dämon zum Beispiel, oder gar schlafen im Traum. Was mit dem Existo-Argument begründet wird, das sind, wie die Auflistung dieser Tätigkeiten ja verdeutlicht, »einzig epistemische Notwendigkeitsaussagen in Bezug auf Denkeigenschaften«. So formuliert es Gregor Betz in seinem Kommentar zu den Meditationen von Descartes. »Epistemisch heißt auf die Lage der Erkenntnis einer einzelnen Person bezogen, sowie auf deren persönlichen Wissen in einer bestimmten Situation.« Mit dem Wahrnehmen erfolgt der Bogenschlag hin zu körperlichen Dingen. Als Beispiel nimmt Descartes ein Stück Wachs. Der Philosoph weist auf die wechselhaften Eigenschaften von Wachs hin, von denen die Ausdehnung zunächst nur als eine unter vielen erscheint. Wachs kann unterschiedlich riechen, verschiedene Farben haben, kann hart oder weich sein, je nachdem, in welcher Umgebung das Wachs gerade ist. Okay, das dauert jetzt zu lange. In diesem Zusammenhang kommt Descartes auf die Automatenvermutung zu sprechen. Die Automatenvermutung geht so. Du schaust aus dem Fenster und siehst Menschen vorbeigehen. Allein durch das Betrachten, also die sinnliche Anschauung, könntest du doch nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Passanten wirklich Menschen aus Fleisch und Blut sind, oder vielleicht bloße Automaten unter Mänteln und Hüten. Es sind nicht deine Augen, die beim Anblick der Passanten das Urteil fällen, das da sind Menschen. Ebenso seien es auch weder das Sehvermögen noch der Tastsinn, die über das in Duft und Farbe und Konsistenz so wandelbare Ding, das Descartes als Beispiel herangezogen hat, das Urteil fällen, das da ist Wachs. Und dieses Urteil fällt auch nicht dein Vorstellungsvermögen. In deiner Vorstellung kannst du dir zwar theoretisch jedwede Erscheinungsform von Wachs vors Innere Auge rufen, praktisch jedoch kannst du das aufgrund der schieren Vielfalt möglicher Erscheinungsformen von Wachs eben nicht. Allein der Verstand bringt das Verständnis der äußeren Dinge zustande. Mit diesen Ausführungen will Descartes die Existenz der äußeren körperlichen Dinge jedoch noch nicht gelten lassen. Er sieht in der erkennenden Tätigkeit des Geistes einmal mehr dessen nachweisliche Existenz bestätigt, auf die er auch schon das Existo-Argument hingewiesen hat. Sinnliche Wahrnehmungen und Anschauungen im Sinne von Vorstellungen hingegen sind als gedankliche Zugriffe bloß verschiedene Modi des Geistes. So hat René Descartes in der zweiten Meditation die These von der Existenz eines denkenden Dinges aufgestellt und argumentativ gestützt, also die These 1, wie sie im Beitrag über Substanzdualismus bei Descartes bereits genannt wurde. Der gesamte Argumentationsstrang dazu findet sich, ausgehend vom Ergebnis der ersten Meditation im vorherigen Beitrag, in dem systematischen Kommentar von Gregor Betz. Das Buch kann ich zum Verständnis von Descartes' Meditation nur empfehlen, einen Link findest du unten. Im folgenden Beitrag geht es dann um die dritte Meditation und den ersten, sogenannten ideologischen Gottesbeweis von René Descartes. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! ... ...